Ein herzliches Hallo von mir an euch. Mist. Mist. Kack, Map für die Zwillinge. Ah. Ja. Zwillinge. Mein Herr ist doch eine Zwillinge. Oh mein Gott. Ich wusste nicht, dass ich noch eine andere Taste drücken muss. Ich habe nur gesehen, Sprung auf Laden. Und ich dachte, wenn ich loslasse, springt der. Ich habe es verkackt. Ich hätte eine anspringen können. Ja. Aber Victor ist ja schon wieder in mir drin. So. Ich habe übrigens ein Mori dabei. Aber ich glaube, das Mori kommt mir nicht mal. Also bringen wir nicht mal was. Oh. Die ist mir einfach in die Gusche gelaufen. Oh. Entschuldigung für den Ausdruck. Oh. Charlotte ist irgendwie langsam. Kann das sein? Die ist irgendwie langsam. Kommt mir das nur so vor. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist sie wirklich ein bisschen langsamer. Weil Victor... Oh. Ich kann Victor hier nicht lösen. Ach. Jetzt ist... Hier kann ich Victor lösen. Okay. Ich bin ein bisschen überfordert. Vielleicht merkt ihr das. Ich sage nicht so viel. Ich bin ein bisschen überfordert. Oh. Das ist... Das bin ich. Bitte entschuldigt das. Warum? Ich wollte die Clödie anspringen. Ey. Das ist gemein. Ich gehe von aus, dass die auch einen Strike haben wird. Ah. Der Punkt ist doof hier. Für mich. Ah, okay. Zwei Generatoren sind an. Ich hab drei Leute verletzt. Sorry. Denn ich... Ich nehm jetzt dich. Entschuldigung. Vielleicht kann ich dich da noch morien. Dann hab ich das rote Mori nicht umsonst mitgenommen. So, ich könnte eigentlich Victor mal wieder losschicken. Victor sieht ja eigentlich Blutspuren, aber... Jetzt hab ich Sarina. Wenn ich jetzt Victor losschicke... Sie zieht die Palette. Wow, ich war gar nicht in der Nähe von dem Ding. Das Problem ist, Victor sieht halt keine Kratzspuren. Egal. So. Wir sind Victor. Wir sind Victor, okay? Taps, taps, taps. Hier arbeitet niemand. Wie lassen sich die Generatoren oben? Nein. Oh Mann, warum hauen die mich immer? Oh Mann, warum hauen die mich immer? Oh Mann. Ah. Oh Mann. Ist das, was. Weil... Oh Mann, ist das. Ich krieg wenigstens... Also... Die Zwillinge, das ist überhaupt nicht so einfach zu spielen. Ich will nicht durch die Palette, nicht, dass sie das Elodie-Pirk hat. Ey, das ist gar nicht so einfach, ne? Hula, hula, hula. Ich seh auch mit Barbecue niemanden. Nie. Wieso kann ich Victor hier nicht lösen? Hier ist niemand. Die machen bestimmt oben den, Jen. Jetzt oben gucken. Boah, die... Es ist ganz schön sensibel hier, die Steuerung mit Victor. Was bin ich für eine Vollhorst, ey. Pling! Spreng ich gegen den Türpfosten! Sie rennt jetzt mittlerweile schon weg. Sie hört mich ja. Wollen wir sie weg... Oh, warte mal. Wollen wir sie weg tun? Ich hab ja Über... Äh, Unterdrückung. Die haben ihren Miniskillcheck verkackt. Die haben ihren Miniskillcheck verkackt. Oh, flink. Nice. Hallo, wieso geh ich hier nicht rein? Oh! Wollt sie gern morin, wenn ich schon einen Mori dabei habe. Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Cool! So, komm mal mit. Hier auf eine freie Fläche. Und jetzt. Cool! Ich hab das Mori auch noch nicht gesehen gehabt. Muss ich sagen. Ich hätte vielleicht Nöt mitnehmen sollen. Ach, na ja. Aber ich will ja nicht so ein Ghostface sein. Der Nöt mitnimmt. Oh, wir kriegen, wenn ich es noch wagen. Irgendwann noch ein Hit? Ich hätte sie mit Victor anspringen sollen. Na, da geht sie nämlich. Äh. Da geht sie! So, die rennen jetzt wahrscheinlich zum anderen Ausgang. Oh, Victor. Das schaffe ich nicht mehr. Ich bin im anderen Ausgang. Nein! Ich wollte eigentlich auf Kate springen. Damit sie nicht rauskommt. Naja, schade. Wir haben ein Kill. Ich mein, wir hätten sie ja auch aufhängen können. Es wäre dann auch der Kill gewesen. Ähm. Ja. Ich hab sogar vor lauter Schreck vergessen, eine Killeraufgabe auszuwählen. Aber okay. 19.000 Punkte. Ist okay. Erste Runde Zwillinge. Die Zwillinge, die muss ich echt noch üben. Die muss ich wirklich noch üben. Das ist gar nicht so einfach. Muss ich sagen. Ich finde, die Map war auch ein bisschen ungünstig für mich. Ne, die konnten halt... Ich will mich nicht wieder rausreden. Aber auf der Map können sich die Survivor halt so gut um die Ecken verstecken, wo ich mit Victor erstmal wieder brauche, um hinterher zu kommen. Den ersten Sprung hab ich verkackt, weil ich nicht wusste, also weil ich nicht drauf geachtet habe, dass ich den Sprung klicken muss und nicht, dass ich die Taste loslassen muss. Ähm. Ja. Aber es ist, wie es ist. Ich habe meine erste Runde Zwillinge gespielt. Irgendwie machen sie schon Spaß, aber das braucht Übung. Das braucht definitiv Übung. Ich habe auch Unterdrückung zu wenig eingesetzt, wo ich mal hätte gucken können, wo sind denn die Survivor. Ähm. Also Unterdrückung heißt ja, ich beschädige einen Generator und drei andere Generatoren werden ebenso zurückgesetzt und da, wo jemand dran arbeitet, die bekommen einen Mini-Skill-Check, den sie treffen müssen. Und ihr habt ja gesehen, als ich oben den Generator getreten habe, sind zwei andere Generatoren explodiert. Ähm. Es ist kein schlechtes Talent. Ich muss das nur öfters noch nutzen. Ähm. Ja. Aber ich übe. Und irgendwann spiele ich hier eine Runde Zwillinge und hau die alle weg. Okay? Okay. Ich verabschiede mich aber jetzt für heute aus dieser Runde. Ähm. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn ihr Bock habt. Bis dahin, bleibt gesund. Macht's gut. Gut. Untertitelung. BR 2018